Den Spießroutenlauf der Prüfungen, Schrägstrich Hölle. Oh, ich hasse Schrägstrich Hölle. Ihr seid ganz sicher bereit dafür. Viel Glück! Los, folge dem Weg so schnell du kannst. Ah, geschafft! Der nächste Schrein liegt direkt voraus. Der nächste Schrein liegt direkt voraus. Ah, geschafft! Ja, ha ha ha! Die Strecke stürzt gleich ein. Vorsicht! Alles klar, weiter geht's. Gute Idee! Die Strecke stürzt, weil die Strecke stürzt. Diese Strecke stürzt! Die Strecke stürzt! Nein! Ah! Ha ha! Schaffers! Nein! Das war's für heute. 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 Wir haben die Prüfungen geschafft. Danke. Oh, ich hätte das nie geschafft. Los jetzt, helfen wir den Mönchen. Dieser Leben ist genauso lästig wie der Daueroptimismus dieser Mönche. Schaff es, Bots. Du kannst den Nebel zu deinem Vorteil nutzen. Das war's für heute. Das war's für heute, damit ich die anderen befreien kann. Und die Jungs für Ratchet zu befreien. Und das ist kein Problem. Er kann jetzt auch schießen. Kein Problem. Ich suche mir Deckung. Moment, die Kotze hat den Computer gekapert, um sich ein Schild aufzubauen. Schau! Ich habe die Energie von diesem sämlichen Virus-Pack geleitet. Kein Schild mehr? Kein Schild mehr? Kein Schild mehr? Wir vermehren sich zu schnell. Ich muss höher hinaufkommen. Kein Schild-Pack-Back-Back-Back-Back-Back-Back-Back-Back-Back. Umm... Art 대단an dahinter... Man, hier draußen bin ich hilflos. Ich mentality-Das kleine Mönche oder große Mönche! Entschuldigung, jetztANC UN? Und hinein nochmal für dich. Du managers, viele kleine Mönche für viele Lauf! Ich habe die Kartoffeln, wenn du ves juices gemacht hast, Oh, fantastisch! Das letzte Mal war doch kein Glück. Ich bin einfach gut hier drin. Ihr habt uns gerettet, Schwester und Ratchet-Typ. Danke. Es ist nur noch ein Tempel übrig. Nur noch ein Tempel. Nur noch einer. Wir finden sie übersprungen. Wie gesagt, du solltest mir lieber einen Spitznamen geben. Du darfst nicht mein Freund sein. Ich finde, du bist zu hart zu dir. Das weißt du nicht. Du kennst mich nicht. Ich weiß, Gary vertraut dir. Die Mönche nicht gut. Du solltest den Volksschaftsding eine Chance geben. Ich... Ich überlege es nur. Wie bist du Gary's Lehrling geworden? Das ist... kompliziert. Zum Glück hat Gary Potenzial in mir gesehen. Du wirfst anders als die anderen Mönche hier. Hm. Ich weiß. Ich bin kleiner. Hey, sei nicht kaum. Ich bin fast immer überall der Kleinste. Bis zum Glück. Mein besten Freund. Nächstes Mal lande ich hinter uns. Ah, ist das! Ah! Ah! Achtung! Ach, nein. Was ist das? 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 Das System ist recht alt und kompliziert. Es wird etwas dauern, das Kraftfeld zu deaktivieren. Nimm dir ruhig Zeit. Ich kümmere mich um diesen Typ. Soldaten kommen. Soldaten kommen durch den Hauptein, die Soldaten kommen durch den Haupteingang. Was ist das? 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 Wir sind kein Ratchet, Ratchet! Ladung! Das macht… Spaß! Ja! Nimm bald! Ein neuer Tag! Nein! Sie sind schon wir! Sie werden alles zuerstören! Das Archiv hat einen Helix-Generator. Wenn wir ihn aktivieren, kommen wir rein. Ein Helix-Generator-Schalter-Klick. Komm sofort. Das Archiv hat einen Helix-Generator. Jetzt wissen wir, es kostbar. Sie könnten es beschädigen. Das Archiv hat einen Helix-Generator. 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 Das Archiv hat einen Helix-Generator-Generator. Das Archiv hat einen Helix-Generator. 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 Ziele erfasst! Lebt wohl, Lothar! Einen Treffer gelandet! Lothar! Ha, ha, ha! Kassel, Leilfeuer aus! Oh ha! Ha, ha! Oh, hey! Die Schinny-Teamon-Volle! Die Imperator auszuscheiben! Ist nicht okay! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Wir kommen erst hinein, wenn wir den Generator antreiben. Das Kraftfeld kärbt runter. Da! Das Archiv ist jetzt offen! Los, gehen wir rein! Ah, gut. Die Dimensionskarte ist sicher. Diese Schrift erkenne ich überall. Die Lombaxe. Sie haben das erbaut. Mein Vater war der Hüter des Dimensionators. Der Originalversion. Er gab alles, damit er nicht in falsche Hände fällt. Sorry, Dad. Vermisst du sie denn? Die Lombaxe? Schwierig, wenn man jemandem nie begegnet ist. Aber ja. Ja. Ich schätze schon. Verstehe ich. Vielleicht findest du sie irgendwann. Finden wir erstmal raus, ob wir den Dimensionator bauen können. Können wir? Ja. Aber die Schmiede dafür befindet sich in der Kedaro Station. Dem sichersten Außenposten der Galaxie. Na dann nichts viel los, KT-7-4... Ratchet? Ich glaube, Kit gefällt mir am besten. Dann also, Kit. Nein! Wir müssen weg. Wir müssen das Archiv schützen. Nein! Keine Zeit! War schön mit dir, Ratchet. Wunderschön mit DIN Wunderschön mit DIN Wunderschön mit DIN Das war unglaublich. Hit! Ich bin's nur! Ich sag ja, ich bin kein guter Partner. Klar, das war heftig, aber auch irgendwie super. Du verstehst das nicht. Du bist nicht sicher bei mir. Ich wurde als Waffe gebaut, um die Galaxie des Imperators zu schützen. Dann, einmal auf Patrouille, sah ich eine Rebellin in der Imperialzone. Ich wollte sie aufhalten. Das ist, wofür ich gebaut wurde. Schmerz. Ich bin hier, damit alle vor mir sicher sind. Und darum kann ich nicht mit dir kommen. Tja, diese Mission hat doch funktioniert, oder? Ja, ich schätze schon. Und hatten wir uns nicht versprochen, wenn diese Mission nicht schief läuft... Du willst ein Team bleiben? Du bist sehr seltsam, Ratchet. Das hab ich schon öfter gehört. Team? Vielleicht nur dieses Mal. Ja. Ich versuch's. Danke, Ratchet, für deine Hilfe. Jederzeit. Los, auf zur Kitaro-Station. Na, wenn das nicht mein Lieblingskunde ist. Schilde werden so vernachlässigt. Schenk dem leere Rückstoß Aufmerksamkeit und sieh, wie er blockt und das Feuer erwidert. Das Teil ist auch so heiß. Mehr Power ist immer eine gute Sache. Du, äh, hast das schon mal ausgewählt. Empfiehle ich gern weiter. Ich hoffe, bei Ratchet ist alles in Ordnung. Auf Sargasso sagtest du, du hättest Ratchet den Dimensionator gegeben, damit er die anderen Lombaxe findet. Ich dachte nie, dass ich mal einen treffe. Oder unser Zuhause finde, wenn man es so nennen kann. Glaubst du wirklich, das geht? Nein. Nein? Nein! Was ist hier passiert? Ich weiß. Ich weiß. Du, w клox Bonsend. Terutsche represented. In St 아닌z